Kapitel 18 Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Wer ist wohl der Größte im Königreich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind dabei, stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Königreich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein für einen Esel an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch welchen der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Sehe zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters in den Himmel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dasselbe mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters in den Himmeln, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn allein zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so gelte er dir wie einer von den Nationenvölkern und Zöllnern. Wahrlich, ich sage euch, Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, Wenn zwei von euch übereinkommen werden auf Erden über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater in den Himmeln. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal sieben. Darum ist das Königreich der Himmel gleich einem Menschen, einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da das Innerste bewegt wurde von ihm, gab ihn der Herr dieses Knechts frei und er ließ ihm das Darlehen. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen, bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, so werde ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er das bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie auch ich mich über dich erbarmt habe? Und Vollzorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen seine Übertretungen vergebt.